Knappe 800 Stück sind fast in der Vorschau bestellt worden. ...Style Vorschau und jetzt kommt der nächste Ausverkauf, denn jetzt werden wir unser Shop... Ich möchte das einfach einmal auf den Aufstattung. Steffen, wie sieht's in meinem Blau aus? Muss ich auch schon gehen oder gibt's Blau noch einigermaßen? Nein, bleib los, Bart! Da sieht's nämlich sehr gut. In meinem Dunkelblau, da kriegen Sie noch alles nahezu. Also jetzt, das muss man sich mal vorstellen, Alfredo, aber es wundert mich nicht. Die shapenste Ponte di Roma-Hose, die Alfredo je gemacht hat und dann, Achtung, mit echten Taschen ist fast weg. Oh Mädels, habt ihr beide schwarz? Will sich eine von euch umziehen, weil schwarz ist fast weg. Tut mir doch mal den gefahren. Oder beide gleich. Lasst mir ein Angebot. Die günstigste Alfredo Pauli-Hose aller Zeiten, brandneu übrigens. Jetzt Alarmstufe Rot, es sind die letzten 1500 Hosen, Alfredo. Die letzten 1500 Hosen, das war der erste und letzte Auftritt von diesem Shop-Me-Angebot heute. Schwarz ist gleich komplett weg. Wer jetzt eine dunkle Farbe will, alles auf mein Dunkelblau. Weil das ist so ein richtig sattes, schönes Nachtblau, das Sie hier bekommen. Auch die werden wir jetzt ausverkauft. Das sind die letzten 850 und wie du sagst, jetzt sind es fast 600 Damen am Telefon. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie die Hose noch kriegen. 500 Leute am Telefon. Also wer die Ponte, die Roma-Hose noch will, es ist die letzte Gelegenheit und dann ist dieses Shop-Me-Angebot erst mal ausverkauft. Ich weiß auch nicht, ob da irgendwann noch was nachkommt. Nein, leider nein. Gar nichts, Alfredo? Leider nein. Oh, weil oft werden Shop-Me-Angebote noch mal aufgelegt. Hier kommt nichts mehr nach. Wir werden sie für den Herbst wieder auflegen. Ja, ja, für den Herbst, aber da dauert es hoffentlich noch lang, Alfredo. Jetzt haben wir erst mal Frühling-Sommer. Also wer die Hose noch will, und gucken Sie mal, Sie könnten Gymnastik drin machen. So bequem ist die, obwohl die so schämt. Oh, wir sind jetzt gleich hinter, sehe ich richtig, 1300. Ja, es sind gleich die letzten 1300. Oh wei. Und wenn du sagst, die 400 Euro vorweg gleich. Die günstigste Alfredo Pauli. Sie sehen diese Hose dann auch nicht an jeder zweiten Frau oder sowas, sondern Sie haben wirklich ein ganz besonderes, edles Designerstück. Das ist übrigens ein gutes Stichwort. ... und Style Vorschau. Und jetzt kommt der nächste Ausverkauf. Denn jetzt werden wir unser Shop-Me-Angebot. Die günstigste Alfredo Pauli-Hose aller Zeiten, brandneu übrigens. Auch die werden wir jetzt ausverkauft. Jetzt sind die letzten 850 und wie du sagst, jetzt sind es fast 600 Damen am Telefon. Ich drück Ihnen die Daumen, dass Sie die Hose noch kriegen. Die günstigste Alfredo Pauli. Sie sehen diese Hose dann auch nicht an jeder zweiten Frau oder sowas, sondern Sie haben wirklich ein ganz besonderes, edles Designerstück. Das ist übrigens ein gutes Stichwort. ... die eine solche Formkraft hat, um mit der Sie das machen können. ... mit keiner. Und selbst im Sitzen, schauen Sie mal, Sie sehen das, da engt nichts ein, der Bund rollt sich nicht, der bleibt genauso glatt sitzen. Das ist der Knackpunkt bei dieser Hose. Und deswegen verkauft sich die jetzt komplett aus. ... auf die 1100er-Marke zu. ... und Style Vorschau. Und jetzt kommt der nächste Ausverkauf. Denn jetzt werden wir unser Shop-Me-Angebot. Die günstigste Alfredo Pauli-Hose aller Zeiten, brandneu übrigens. Auch die werden wir jetzt ausverkauft. ... sind die letzten 850 und wie du sagst, jetzt sind es fast 600 Damen am Telefon. Ich drück Ihnen die Daumen, dass Sie die Hose noch kriegen. Die günstigste Alfredo Pauli. Sie sehen diese Hose dann auch nicht? ... schwarz gibt es nur noch eine einzige Größe, nur noch die Größe 38. In meinem Dunkelblau geht es jetzt mit den Ausverkäufen weiter. Die 36 in Dunkelblau jetzt weg. Schauen Sie mal, das ist eine Hose, ich kann die so von mir wegziehen und trotzdem hat die einen Schmackes. Die bleibt so sitzen und die hält so fest. ... und Style Vorschau. Und jetzt kommt der nächste Ausverkauf. Denn jetzt werden wir unser Shop-Me-Angebot. Die günstigste Alfredo Pauli-Hose aller Zeiten, brandneu übrigens. Auch die werden wir jetzt ausverkauft. ... sind die letzten 850 und wie du sagst, jetzt sind es fast 600 Damen am Telefon. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie die Hose noch kriegen. Die günstigste Alfredo Pauli. Sie sehen diese Hose dann auch nicht an jeder zweiten Frau oder sowas, sondern Sie haben wirklich ein ganz besonderes, edles Designerstück. Das ist übrigens ein gutes Stichwort. Wir drücken Ihnen die Daumen. Wir drücken Ihnen die Daumen. An das Aquablau, bei mir sehen Sie Dunkelblau. In wenigen Sekunden unterschreiten... ... nicht an jeder zweiten Frau oder sowas, sondern Sie haben wirklich ein ganz besonderes... ... und ein Riesenleitungsanstieg gerade nochmal. Jetzt ist, glaube ich, jedem bewusst, das ist die letzte Chance. ... die geschnitten. Es ist Ihre aller, aller, aller letzte Chance, meine Damen. Unterpausend! ... und Style Vorschau. Und jetzt kommt der nächste Ausverkauf. Denn jetzt werden wir unser Shop-Me-Angebot. Die günstigste Alfredo Pauli-Hose aller Zeiten. ... Zeiten brandneu übrigens. Auch die werden wir jetzt ausverkauft. Sind die letzten 850 und wie du sagst, jetzt sind es fast 600 Damen am Telefon. Ich drück Ihnen die Daumen, dass Sie die Hose noch kriegen. Die günstigste Alfredo Pauli. Sie sehen diese Hose dann auch nicht an jeder zweiten Frau oder sowas, sondern Sie haben wirklich ein ganz besonderes, edles Designerstück. Das ist übrigens ein gutes Stichwort. ... eine Ponte-Hose mit Taschen. Das gefällt mir so gut, Alfredo. Weil das gab so... ... die Schlupfhosen keine Taschen. Und da haben wir auch lange... ... und Style Vorschau. Und jetzt kommt der nächste ausverkauft. Denn jetzt werden wir unser Shop-Me-Angebot. Die günstigste Alfredo Pauli-Hose aller Zeiten. Brandneu übrigens. Auch die werden wir jetzt ausverkauft. Sind die letzten 850 und wie du sagst, jetzt sind es fast 600 Damen am Telefon. Ich drück Ihnen die Daumen, dass Sie die Hose noch kriegen. Die günstigste Alfredo Pauli... Sie sehen diese Hose dann auch nicht an jeder zweiten Frau oder sowas. Sondern Sie haben wirklich ein ganz besonderes, edles Designerstück. Das ist übrigens ein gutes Stichwort. ... und Style Vorschau. Und jetzt kommt der nächste ausverkauft. Denn jetzt werden wir unser Shop-Me-Angebot. Die günstigste Alfredo Pauli-Hose. Das hat mich jetzt verwundert, Brian, als ich gerade in die Hose reingeschlüpft bin. Weil ich dachte mir, die ist viel fester. Aber die hat was so herrlich Weiches. Trotz oder gerade, weil es ja komplett schakar ist. Und dann noch mit... Das sieht übrigens in echt, glaube ich, noch schöner aus, als Sie es jetzt über den Bildschirm sehen. Mit diesem rosé-goldenen Schimmer. Aller Zeiten brandneu übrigens. Auch die werden wir jetzt ausverkauft. Das sind die letzten 850. Und wie du sagst, jetzt sind es fast 600 Damen am Telefon. Ich drück Ihnen die Daumen, dass Sie die Hose noch kriegen. ... deswegen gefällt es mir, glaube ich, so gut. Weil ich habe fast nur rosé-gold Schmuck kombiniert mit Weißgold oder so. Aber das ist grandios. Die günstigste Alfredo Pauli. Sie sehen diese Hose dann auch nicht an jeder zweiten Frau oder sowas. Sondern Sie haben wirklich ein ganz besonderes, edles Designerstück. Das ist übrigens ein gutes Stichwort. Die Hose übrigens auch. Also ich will jetzt nicht die Hose aufmachen, aber das hat mich gerade beim Reinschlüpfen so begeistert. Sie haben da auch das Pink und das Unterschriftenband sozusagen. Ich liebe diese Kontrast. Sie sehen jetzt auch wunderschön, die Kathi hat ja was Helles kombiniert. Ob Sie jetzt hell oder dunkel dazu tragen, ich finde alles geht. Sieht super. Wenn Sie sagen, G-Rock ist jetzt gar nicht meins, bestellen Sie mal nur die Hose, probieren Sie die mal aus. Schlüpfen Sie mal rein, testen Sie es. Natürlich die Kombination. Und dann der fertige Anzug wäre natürlich schon genial. Bei... Edles Designerstück. Das ist übrigens ein gutes Stichwort. Kann man es auch jeden Tag tragen, oder? Das geht jetzt schon. Also die neue Kollektion. Ach, mir ist schon klar, warum Brian Renni Bambi-Preisträger ist. Könnte ich den Bambi verleihen? Ich würde ihn dir, glaube ich, für die neue Kollektion überreichen. Aber kann ich nicht. Aber er hat ja auch schon einen. Was braucht man zwei Bambis, Gerd Brian? Steht der bei dir wo ganz besonders zu Hause? ...Style-Vorschau. Und jetzt kommt der nächste Ausverkauf. Denn jetzt werden wir unser Shop-Me-Angebot. Die günstigste Alfredo-Pauli-Hose allerzeitlich. Bambi-Preisträger Brian Renni ist nämlich hier bei uns. Warum? Weil er aus der Modeszene in Deutschland, aber auch international nicht wegzudenken ist. Hollywood-Stars tragen seine Kleider. Ob das aber auch eine Oprah Winfrey zum Beispiel ist, schauen Sie auch da gerne mal bei Instagram oder bei Facebook. Bei Brian Renni. Und dann sehen Sie ganz viele Stars in seiner Mode. Und wir hier bei HSE24 haben jetzt eben auch die Möglichkeit, diese Traumstücke zu tragen. Auch die Hose begrenzt sich bereits. Das ist einerseits das Schöne dran. Da haben wir jetzt keine 3000 Hosen da. Jetzt mal' mit zu haben. Okay.